hallo und herzlich willkommen beim neuen bb superkart video heute wird eventuell ein etwas längeres video weil wir sind auf summer slam und ich möchte mit euch den freebie abholen ich starte schon was ich weiß jetzt gar nicht wie viel fix ich noch habe zum aufdecken aber ich glaube das sind schon ein paar einige ein paar einige und ja jetzt hoffen wir mal dass es hier super schnell funktioniert und bin gespannt was wir für ein freebie bekommen wundert euch nicht warum ich hier die nikki bella drin habe aber ich muss die playlevel weil ich ja die aus der ring domination bald bekomme und die pro und kann sehr gut für meinen auto glory deck das gewinnen wir gut müssen wir noch das nächste mit das nächste spielchen gewinnen 12 charismapunkte mehr mal schauen wir fahren okay weibach und oh gott das will oh gott das will oh gott das kann doch nicht sein ich zeige euch mal was ich für karten habe von sommer slam also in kabel und sommer geprobt wir hätten älterstleitz xavier woods alexa bliss und roman und jetzt sehen wir bern corbin ganz klasse na gut aber wenigstens wieder eine sommer slam karte und jetzt wartet mal kurz jetzt will ich noch kurz was schauen also nicht mal mehr als 200 spiele dann kommt die neuntausendste leider belohnung und das ist eine normale karte glaube ich also ein superstar genau ok mal schauen ob ich es noch schaffe bis season 3 und ja schreibt nochmal in die kommentare was ihr für ein summer slam freebie bekommen habt ich habe wie gesehen baron corbin bin jetzt nicht so froh darüber aber wenn ich ihn prone kann irgendwann mal schauen wir mal also dann soll es das gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin bleibt dran bis dann euer steffo ciao ciao